Herzlich Willkommen und zurück zu 4.3 Wir sind jetzt im Abschnitt 5 angekommen. Der Abschnitt 5 nennt sich der Thom bzw. Thom. So, dann werden wir mal das Let's Playen. Gucken wir mal hier, was so schön es wird hier. Oh, das sieht doch geil aus. Oh, wir haben ja keine andere Knarre mehr. Achso, was ich euch sagen würde, wenn euch meine Videos gefallen, lasst einen Daumen hoch da, bzw. kommentiert meine Videos. Ich danke euch im Voraus. Oh, da macht sich der Einkaufswagen selbstständig. Doch, und die ist schön. All Call Signs be advised. We got increased seismic activity in your area. Watch for sinkholes. Der Retter einfach ins Feuer rein. Wir haben nur noch einen neuen Schuss. Aber vielleicht kriegen wir jetzt wieder rein. Okay. Ich habe keine Füße mehr, aber keine Beine mehr, meine ich. Also, ich fühle mich echt krass. Tarkets bei den Bats. Command Victor 39. Was ist der Status auf unserer EVAC? Victor 39, das ist ein Negativ auf der EVAC. At this time, continue holding position. Copy that, holding position. Got more coming in! Shit! Glass mag! Keep off the fire! Ich stäune, dass die Alarmalage da überhaupt noch funktioniert hat. Toilette. Und ein Glieder. Alter, geht zum Beispiel hier mal mit. Keine Ahnung. Hupala! Ohne Schmerz dran annehmen. Ohne Schmerz dran annehmen. Gut. Oh. Die Granate sollte er jetzt eigentlich nicht schmeißen. Jetzt kommen wir nicht rein, jetzt versperrt die Tür. Vielleicht hier? Oh. Okay. Ah. Es sind noch ein paar schöne Knarren. So. Ah, wir haben Levelaufstieg. Unsere Regeneration wurde gesteigert. Also wir regenerieren, schneller leben. Warte, ist ja mal was feines. Ey, warum macht der die Tür zu hier? Hat der die alle getötet? Oder war das doch Alma? Hm. Scheiße. Wir haben die Knarren angekne. Jetzt ist sie gut! Ich schlafe das. Ich hab's nicht mit. Ich bin gerade mal was. Wir haben aber nicht knabelt, was wir? Das war das. Es war's nicht mit. Herr. Arm, die Keine. Verkaufnis. Tatsächlich ist mit Hoid gestern. Wir können sie nichts mehr schaffen. Und jetzt stehen. Wir haben Ihre Höhe! Wir haben das komisch. Boah, der hat uns zerrissen, ey, ich fasse es ja nicht. Okay, wir füllen in der Blitz nochmal. Oh, was ist denn das? Ah, meine Güter. Na, ich fühle mich nicht so gut. Oh, was ist denn das passiert? November A3 actual, we need some support now. I'm losing that out of here! Man, Sierra walking, issue orders. Call position to determine at all. Yes, sir. The target is armed. Say again, the target is armed. This one's not a local, sir. 10-9, traffic sent open. Ich muss die holen, die gefördung werden. Ich sp screen mit dem. Abfall! Vom Hex! Binn! 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 Was ist das denn? Hallo! Arsch ey! Hier passiert... ok... Zona A... Der Arsch, der Dipser, wenn ich hier... Mann! Wo ist der? Ah, mit schönen Sniper-AW wird jetzt natürlich besser, ne? Jetzt mal, wir werden ihn getroffen haben. Gut, können wir jetzt so ne Schnau ausrichten, den wir mal von unten weitermachen. Okay. Okay. Okay, wir haben ihn. Wir haben auch noch Schmerzen nachladen. Munition wird jetzt rar hier irgendwie. Wir kommen hier überall Löcher in den Boden, ich weiß sogar nicht mehr. Okay, wir müssen rüber. Okay. Wir kommen hier. Na ja, Marriott. So, wenn sie diese Alma-Eye guckt, dir das mal an. Scheiße, wo ist alle zusammen? Na ja, die werden wir mal nicht nehmen. Okay. Okay. Und die Frage, wo wir jetzt hin müssen. Was ist das? 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 Krass. Krass. So, müssen wir jetzt die Schleuse irgendwie aufmachen hier? Ja, ich glaube nicht. Da lang, wo der rauskam. Boah, wollte ich da nicht. Da erklärt doch, warum hier die Dinger voll sind. Die komischen Türen? Die komischen Türen? Komm an! Uniform 1-6! Get us out of here! Belay request to the new orders. Eliminate fear squad members Jin Sung Kwan. An high-value experiment on this poor man. Fuck that! Let the ground swallow him! I want out of here! We're trying to get to the internet. Yes, sir! That incommetant one just gave us away. Still want to save her? I got him! No, no! Drag out! Okay. Das sind noch relativ viel verloren, ne? Absolut krass. So. Schnell zubehandeltor hier. Schnell zubehandeltor hier. Schnell zubehandeltor hier. Mit Strom kommen sie, ja? Oh, ja. Ich bin narheb vaja, ja. Die sind eingestellt. In der Näheb, ich muss mir das. Zwei-0-3! Das war's, ja. Ist doch nicht so. Was ist das? das war so weg Oh, da war ja eine schlechte Szene. Ja, shit, 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 ja, mir ist auch nicht besser. Oh, da war ja. Ah, die mit ihren Granaten, man. Wie steckt denn der? Ich muss ja mal wissen, wo der überhaupt ist. Okay, der Arm an. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir nicht alle getötet hätten, und wir uns vielleicht noch ein bisschen helfen können, auch wenn so unsere Feinde sind. Ja, man, ich nehme an, ich nehme an, ich nehme an. Okay. Okay. Error code 34, rebooting door systems, 0% complete. Standby. Probier nochmal. Mal. Never as simple as you'd like, is it? Ja. 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 was er nachgeladen hat, da sind der Tahrerfeierungen was kommen denn die alle her, oder? 50% complete, stand by No! Ah! Last visual! 70% complete! Stand by! Ich sage jetzt, wir schon fast fertig sind. Okay. Ich werde trotzdem die Knalle wegsetzen. Irgendwie war der doch wirklich ein bisschen zu einfach hier. So, jetzt machen wir schnell wieder zu. Ich weiß nicht, welcher Armatant du hast. Bleib aus unserem Weg. Wir haben eine Mission zu complete. Na, haben wir noch gekriegt. So, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt landen müssen. Aber da kommen wir nicht lang. Scheiße! Was ist das? Feier! Boah! Boah! Ich bin schon sehr schwanger. Und jetzt ist er im dritten Teil. Und ich denke mal, da wird es... Wird es wahrscheinlich diesen Teil austragen. Dieses Kind. Weil es viele Schmerzen hat. Sie sind nicht so schwanger. Sie sind ein Einander. Wo müssen wir denn ab da... Scheiße. Scheiße. Wir müssen nach der Basis der Strecke kommen. Wir sollten nicht ein R.E.K.A.P. von dort entfernen. Okay, ich denke, wir müssen jetzt sowieso da runter. So... Oh, oh. He has quite a distaste for you. Hm. Oh, ja. So... Ach, dann ist er rein. Boah. So. Da haben wir keine Munition mehr. Wir haben ja noch ein bisschen was. Nur den 60 Schuss, jetzt ist die Frage, nehmen wir jetzt die Klinik nach? Nee, nehmen wir nicht. Okay, wir haben den Checkpoint erreicht. Oh. 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 Blöde Vieh. Komm mal, wahrscheinlich nicht du. Oh. 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 Eine halbe Krieg, ja. So, ich bin eine blöde Vieh. Und ich denke mal, das ist jetzt weg. Ich hoffe es Scheiße Okay. Alma, jetzt ist sie weg. Abbeck würde sagen, dass jetzt Almas Tochter ist. Und Alma ist eigentlich viel größer. Wenn man sich, wenn man jetzt so einen zweiten Teil betrachtet hat. Jetzt haben wir ja wieder was erreicht, was wir nicht wollten. Wird das hier nur 23 Schuss haben? Ja! Voli! Go! 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 Copy that! Man, go! Drop! Wo ist die Randall, oder? Das ist doch ein Bisschen! Was ist das denn so ein Bisschen? Boah, sie sind da haltet, oder? ok bevor wir jetzt darin gehen wir sagen machen part ende wir sehen uns wieder im nächsten part bis dahin